Hallo und willkommen zurück zu einer Runde Blitzball. Mit mir Zveneta. Oh, Pokalfilzruge, oh. Pokalfilzruge, das ist gescheitest. Spiradiga, das ist das Blitzdieler Runde. Jetzt kämpfen wir hier die Luka Gors. Flächste Mannschaft in dem Spiel. Wir haben schon Level 16 Spieler und unser Waka ist Kraftmann dann 3. Egal. Hier in diesem Spiel kann ich es gut gebrauchen. So. So. Das hätten wir. So. Und jetzt kommt das absolute Energieабählt. Ist es unserer Gerfahrerin? Um, jetzt würde ich sagen. Ich stehne es auf. Sie Regardless wir haben – das hier ist. Oh, oh. Jetzt pressen wir durch, jetzt pressen wir durch, jetzt pressen wir durch, jetzt pressen wir durch. Ach du Scheiß, Gott, was ist das? Ich hab' den Wert schaffen, Mann. Ich hab' den Wert schaffen, Mann. Ich hab' den Wert schaffen, Mann. Okay, Leute, jetzt geht's los. Einzelne. Friesen, dann das Friesen. Friesen. Friesen, 13. Witz. Okay, jetzt kommen wir bei dem Wacka. Jetzt! Das Wacka, so Ich hab dich dann fast gegen mich. Ah, wenn die die Ball haben, sie sind doch gleich fertig. Ah, wir haben den Ball, wir haben den Ball. Und jetzt komm, 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 komm zu Waka. Ich muss sehen, dass die Ball in der ersten Karte ist. Nein, das reicht nicht. Noch nicht mal das reicht. Nein, das ist einfach zu weit. Nein, das ist doch nicht ernst hier. Mit Torschuss. Ich bin entfernt. Gegen den Norden. Und nach Führung. Sein Leib, wir haben sie. Nein, hier, wir haben sie. Nein, ich bin dran. Ach Obwohl, dass wir noch nicht aufnehmen. Doch, das ist das ist das ist, was wir. Ja, das ist das Thema. Ich glaube immer noch nicht mehr. Oh Mann! Wirklich? Wirklich? Das war echt. WTF, das ist doch 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 nicht wahr sein. Los, steig uns doch nicht wahr. Yeah. Oh, ich glaube nicht. Ja, was hier? Oh, ich hab doch nicht zwei. Okay. Okay. Wieder aufs Tor geschossen. Waaah, da war es noch. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Was wären die 3 gegen 1,20? Ich sollte mal schnell ein bisschen machen. Deine Arschkarte, weil ich nicht vom Arsch spreche. Wird doch eh nix. Die fangen immer runter zu ab. Wo ist alle auf ihn? Alter, jetzt fang den doch mal. Wenn ich bei denen erwischt werde, ist vielleicht so cool. Komm, jetzt geht's rein. Jawoll. Wacka, du schaffst es. Wacka. Das ist das falsche Tor. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. No, mein der Verspiet. Leg vor dir. So, jetzt aber. Hier. Ja, Wacka kann auch was, wenn er will. Ich muss noch auf die Fenster. Und das Spiel, meine Freunde. Und das Spiel. Ja, keine Chance. Ich schieße das Ding jetzt. 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 Drei, zwei, eins. Das ist meins. BAMS. In your face. Nichts gemacht. Glaube ja. Es. Es war ein schlechtes Torwart. Ach so, ein 3-0. Wie gesagt. Oh Mann, der Geister will ich nicht. Haben wir wirklich Drillmann an hier? Oh nein. Er war jetzt raus. Da, da kann ich auf. Der Geister will ich nicht. Ist es denn wahr? Ist es denn wahr, der Arsch? Dieser kleine Geister? Wenn ich jetzt aus Toschi ins Rift oder das Beste sei. Ist es denn gut, wohl nicht. Oh, du Schlaf. Jetzt weg damit. Beste logisch. Ich weiß, wie ein Arsch? Wer zum ersten Mal ist es. Oh nein. Ah, kein Arsch? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sieben! Immerhin! Er hat mal ein Versehen! Das freut mich! Und er ist wieder freisig! Unverzicht auf genuger Kors! Wir sind mit 3 Spielen jetzt ungeschlagen! Lattie, Vertrag verlängert natürlich, weil wir brauchen jeden Mann! Weiter mit Blitzball! So, das nächste Spiel ist gegen die Kilika Beasts! Das Lippen leicht ist! Die wenigsten und ungewiss, es kommen noch 3 Parts! Mit Blitzballspielen! Wir werden jede Mannschaft aus Korn nehmen, weil jede Mannschaft ist anders schwer! Die Luka Gors waren die schwerste Mannschaft! Eigentlich! Und jetzt sind sie verlegen! Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen! Und bis zum nächsten Mal! Bye Bye! Bye Bye! 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 Vielen Dank.